Das Jahr ist kaum angebrochen, schon starten die nächsten Modernisierungsmaßnahmen. Den Anfang macht 2024 das Wohnhaus im Reitbahnweg 42 bis 44. Bereits am 8. Januar erfolgte der Baustart. Jetzt, Anfang Februar, sind die Arbeiten in vollem Gange. Im ersten Aufgang werden schon Stränge saniert, Bäder mit neuen Fliesen und Badewannen bestückt. Die Elektriker erneuern die Leitungen, die Maler führen erste Verschönerungsmaßnahmen durch. Nebenbei werden die Heizungen umgerüstet und die Hausanschlussstationen erneuert. Auch dieses Haus wird niedertemperatur-ready, braucht dadurch in Zukunft wesentlich geringere Vorlauftemperaturen. Es schließen sich Arbeiten in den Treppenhäusern, Brandschutzertüchtigungen im Keller und eine Neugestaltung der Hauseingangsbereiche an. Außen folgen Betonsanierungsarbeiten sowie das Sandstrahlen der Balkone. Eine Fassadenneugestaltung wird auch hier das Beachblock-Design wieder aufnehmen. Vor dem Haus erhalten die Mieter eine Fahrrad- und Müllplatzeinhausung. Zu guter Letzt wird auch der Spielplatz neu gestaltet. Von den neuen Spielgeräten sollen später auch die Mieter des im vergangenen Jahr modernisierten Nachbarhauses profitieren können.